Ethereum handeln, kaufen und verkaufen. Wie können Sie mit dieser Kryptowährung, die sich anschickt, die Welt zu verändern, partizipieren und ganz einfach umsetzen? Thorsten Wittmann, ich begrüße Sie heute hier aus Rio de Janeiro an der Copacabana. Wir haben ein hochinteressantes Thema und zwar Ethereum. Nach aktuellem Stand die zweitgrößte Kryptowährung der Welt hinter Bitcoin und schickt sich an die Welt zu verändern. Möglicherweise sogar noch deutlich mehr als Bitcoin es aktuell tut, denn für Ethereum gibt es grundsätzlich unendlich viele Anwendungsmöglichkeiten. Ja, bevor wir uns ansehen, wie kann man es denn kaufen, handeln, verkaufen, was ist denn Ethereum, warum sollte ich mich denn grundsätzlich auch mit diesem Thema beschäftigen und das auf der Mattscheibe haben? Ganz einfach, Ethereum erstmal, um die Funktionsweise zu erläutern, basiert auf dem Smart-Contract-Prinzip. Nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel, Sie gehen an einen Getränkeautomaten und werfen dort einen Euro ein und rauskommt eine Cola, die Sie gerade gedrückt haben, die Sie haben möchten. Und das ist das ganz einfache Prinzip von Ethereum, d.h. Sie bestellen etwas und bekommen das Ganze dafür. Der große Unterschied ist jetzt, Sie sehen ja hier auch dahinter ist ein Getränkestand, da können Sie auch hingehen. Naja, da kostet aber halt die Cola vielleicht 2 Euro, einfach aus dem Grund, denn wir haben einen Zwischenmittler und die fallen nämlich komplett weg auf der Blockchain mit Ethereum und wir können dort Software draufpacken und solche Zwischenmittler wie bspw. Banken, auch Notare und auch so Internet-Giganten wie Facebook und Google könnten massive Probleme bekommen und das könnte sich auf viele, viele Bereiche zukünftig ausweiten. Deswegen, wenn Sie auch Unternehmer sind und wenn Sie investieren wollen, in beiden Fällen unbedingt auf der Mattscheibe haben, denn hier kann man viel Geld verdienen und auch durchaus viel Geld verlieren, wenn man diese Entwicklung etwas verpennt und hier überhaupt nicht versteht, was sich da gerade anschickt, ohne dass die meisten Menschen es im Moment noch verstehen. Nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel, es würden zukünftig über eine Software alle Immobilien dargestellt werden, d.h. die Besitzverhältnisse wie heute das elektronische Grundbuch aber auf einer Blockchain. Da könnte es zukünftig so gehalten werden, dass es so rechtssicher ist, eine Übertragung über eine Blockchain, weil es ja immer, weil es ja dezentral ist, nicht nur eine zentrale Institution, dass es sogar so ist, dass Notare möglicherweise überflüssig werden in der Zukunft und dann zumindest einige davon, vielleicht sogar sehr viele zukünftig ihren Job verlieren könnten. Und das eben wie gesagt in vielen anderen Bereichen ebenfalls grundsätzlich darstellbar. Also d.h. diese Kryptowährung kann die Welt wirklich verändern. D.h. wenn Sie der Meinung sind, was durchaus Sinn machen könnte, wenn man das Ganze versteht und wohin das ist gehen könnte, also dass Sie hier investieren möchten möglicherweise, dann wie kann man das am einfachsten umsetzen, wie kann man Ethereum handeln, kaufen und verkaufen? Ganz einfach, es gibt die großen Krypto-Plattformen oder Börsen wie bspw. Kraken, wie Coinbase, wie Bitcoin.de. Das sind auf jeden Fall renommierte Adressen, da können Sie ein eigenes Krypto-Konto eröffnen, sich dort anmelden, dort Geld hin transferieren und dort dann bspw. in Ether, so heißt die Währung von Ethereum investieren und nach aktuellem Stand möglicherweise auch relativ günstig, auf jeden Fall nicht auf den absoluten Höchstständen, beim Dreh diesen Videos zumindest, das kann sich ja sehr schnell ändern bei Kryptowährungen und man kann natürlich auch etappenweise investieren, was sehr, sehr viel Sinn macht und auf jeden Fall nicht investieren gerade immer dann immer auf den absoluten Höchstständen, da vielleicht ein bisschen vorsichtiger und wenn es gerade wieder günstiger ist, dann macht es in der Regel mehr Sinn hier einzusteigen, sodass Sie möglichst viel Freude an Ihrem Investment hier haben. Natürlich, wir haben keine Erfahrungswerte bei Ethereum, das muss man immer mit dazu sagen, aber es ist ein hoch spannendes Thema und ich verrate nicht so viel, dass ich ebenfalls in mein Portfolio in Ethereum investiert bin. Dann eine sehr schöne Möglichkeit, wie Sie auch sehr breit streuen und dadurch mehr Sicherheit haben im Bereich Kryptowährung, ist die Software Top 10 Coins. Wir hatten hier schon ein Community-Seminar, sehen Sie sich jetzt gerne unterhalb von diesem Video an. Sehr, sehr interessant auch, wie Sie ganz einfach Streuen und Sicherheit hier umsetzen können. Ja und es sei erwähnt, auch Erfolgsgeheimnisse auf der Spur, das ist das neue Hörbuch von Steffen Kriese von dem YouTube-Kanal Wirtschaft Verstehen. Er hat Top-Finanzexperten interviewt, die ihr besten Tricks verraten, unter anderem auch mich, würde mich freuen, wenn wir uns dort wiedersehen, ebenfalls unterhalb von dem Video klicken. Ansonsten abonnieren Sie den YouTube-Kanal, teilen, liken Sie die Videos, damit noch viel mehr Menschen erfahren, wie faszinierend interessant das Thema Finanzen sein kann und leben Sie Ihre finanzielle Freiheit. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder, ich freue mich auf Sie, bis dahin Ihr Thorsten Wittmann.